Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Jungfrau, der heutige Tag verspricht soziale Interaktion und intellektuelle Anregung durch eine Gruppenaktivität, möglicherweise mit vielen deiner Freunde. Wenn du an diesem Treffen teilnimmst, könnte dein Geist vor Gedanken und Ideen nur so sprühen und sich schnell in lebhafte Diskussionen einmischen. Diese Gespräche könnten zum Austausch zahlreicher innovativer Ideen führen und dir neue Perspektiven eröffnen. Bei diesem Treffen hast du auch die Gelegenheit, interessante neue Leute kennenzulernen. Sei bei diesen neuen Bekanntschaften wachsam, denn jemand könnte seine eigenen Pläne verfolgen. Übe dich darin, zu entscheiden, mit wem du in Zukunft engeren Kontakt haben möchtest. Nicht jeder, den du heute triffst, stimmt mit deinen Werten oder Interessen überein. Deine Gesundheit und dein Wohlbefinden stehen heute im Mittelpunkt und drängen dich dazu, über deinen Ansatz zur Erhaltung deiner körperlichen und geistigen Gesundheit nachzudenken. Dies ist ein Moment, in dem du dir entscheidende Fragen darüber stellen kannst, wie du mit deinem Körper und deinem Geist umgehen willst. Willst du einen Weg weitergehen, der zu invasiven medizinischen Eingriffen führen kann, oder willst du deine Gesundheit lieber auf eine ganzheitliche und präventive Weise erhalten? Wenn du dich für Letzteres entscheidest, solltest du in Ressourcen investieren, die mit dieser Entscheidung übereinstimmen. Das kann ein gesundes Kochbuch sein, ein Leitfaden für ganzheitliche Hygienepraktiken oder sogar ein Buch über Feng Shui, um deinen Lebensraum zu harmonisieren. Die Entscheidungen, die du heute triffst, können deinen Gesundheitsweg maßgeblich beeinflussen. Vielleicht fühlst du dich heute etwas abgekoppelt von den Geschehnissen um dich herum. Denke daran, dass es völlig in Ordnung ist, nicht in jedes Detail dessen eingeweiht zu sein, was im Leben der anderen vor sich geht. Es ist gut, wenn du dich auf deinen eigenen Weg konzentrierst und dich nicht in die Angelegenheiten anderer einmischst. Dieser Ansatz hilft dir, einen klaren Kopf zu bewahren und dich auf dein persönliches Wachstum und deine Aufgaben zu konzentrieren. In deinen persönlichen Beziehungen, vor allem mit deinem Partner oder deiner Partnerin, schaffen die himmlischen Einflüsse des Tages die Voraussetzungen für potenziell transformative Gespräche. Es ist ein Tag, an dem ehrliche, tiefgreifende Gespräche zu tiefgreifenden Veränderungen in eurer Beziehung führen können. Diese Gespräche können dich herausfordern, aber sie haben das Potenzial, eure Beziehung zu vertiefen und bedeutende positive Veränderungen zu bewirken. Nimm die Gelegenheit wahr, dich auf einer tieferen Ebene zu verbinden und sei offen für das Wachstum, das sich daraus ergeben kann. Die heutige Himmelsassrichtung deutet auf einen Tag mit tiefgreifenden emotionalen Erfahrungen für dich hin. Ein lang ersehnter Moment der Freude und des Feierns steht bevor, der dir vielleicht Tränen der Freude in die Augen treibt. Das könnte ein herzerwärmendes Wiedersehen mit einem geliebten Menschen sein, das Erreichen eines persönlichen Ziels, auf das du seit Jahren hinarbeitest, oder ein unerwarteter Akt der Freundlichkeit, der dein Herz tief berührt. Das Universum ist dabei, dir die Schönheit der aufrichtigsten und berührendsten Momente des Lebens zu zeigen. Nimm diese Gefühle überwältigender Freude an und lass sie deinen Geist reinigen und dich an die Tiefe und den Reichtum der menschlichen Erfahrung erinnern. Schließlich ist heute ein hervorragender Tag, um dich auf deine Ziele zu konzentrieren. Der Mond im Steinbock, der im Sextil zu Saturn in den Fischen steht, stärkt dein Verantwortungsbewusstsein und deine Hingabe. Es ist ein günstiger Zeitpunkt, um mit anderen über deine Ziele zu sprechen, egal ob privat oder beruflich. Außerdem bringt die Konjunktion von Mond und Mars in Steinbock eine Welle der Leidenschaft in deine Unternehmungen. Achte jedoch darauf, dass dich diese Energie nicht zu Ablenkungen wie Klatsch und Tratsch verleitet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es für Jungfrau heute darum geht, soziale Aktivitäten zu unternehmen, über deine Gesundheit und dein Wohlbefinden nachzudenken, dich auf deinen persönlichen Weg zu konzentrieren, tiefe Kommunikation in Beziehungen zu pflegen und auf deine Ziele hinzuarbeiten. Das Universum ist so ausgerichtet, dass es deine sozialen Interaktionen, dein Nachdenken über deine Gesundheit, deinen persönlichen Fokus, die Tiefe deiner Beziehungen und deine zielgerichtete Planung unterstützt. Nutze diesen Tag, um die Gruppendynamik zu genießen, deine Gesundheitspraktiken zu bewerten, deinem Weg treu zu bleiben, dich tief mit deinen Lieben zu verbinden und konstruktiv für deine Zukunft zu planen. Dies ist eine Zeit für intellektuelles Engagement, gesunde Selbstbeobachtung, Selbstfokussierung, herzliche Kommunikation und zielgerichteten Ehrgeiz. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Karte Gericht steht für eine Zeit der Reflexion, des Wandels und des Erwachens. Sie ist eine Aufforderung, deine Lebensentscheidungen zu überprüfen und wichtige Entscheidungen zu treffen. Für den heutigen Tag deutet das Gericht darauf hin, dass du vielleicht an einem Scheideweg stehst und einen Moment der Selbsteinschätzung und Selbsterkenntnis erleben musst. Es ist eine Zeit, in der du über deine vergangenen Handlungen nachdenkst und die Konsequenzen bedenkst, was zu einer Veränderung oder einem Neuanfang führen kann. Die Königin der Schwerter ist eine Karte des Intellekts, der Unabhängigkeit und der klaren Kommunikation. Sie ist bekannt für ihren scharfen Verstand und ihre Fähigkeit, Entscheidungen mit Klarheit und Objektivität zu treffen. Heute ermutigt dich die Königin der Schwerter, deine Entscheidungen mit Logik, Rationalität und einer klaren und durchsetzungsfähigen Denkweise anzugehen. Es ist ein Tag, an dem du Entscheidungen auf der Grundlage dessen treffen solltest, was du für richtig hältst, auch wenn das eine gewisse Distanz erfordert. Die Vier der Kelche steht für Introspektion, Kontemplation und ein Gefühl der emotionalen Stagnation. Sie steht oft für eine Phase der Selbstreflexion und für das Gefühl, etwas angeboten zu bekommen, es aber nicht voll zu schätzen. Für den heutigen Tag deutet die Vier der Kelche darauf hin, Sie ermutigt dich, deinen emotionalen Zustand zu überprüfen und zu überlegen, ob du eine neue Perspektive brauchst. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf einen Tag der Selbstbeobachtung, des klaren Denkens und der Selbsteinschätzung hin. Das Gericht verlangt nach Selbstreflexion und transformativen Entscheidungen. Die Königin der Schwerter rät, diese Entscheidungen mit einer logischen und distanzierten Denkweise anzugehen. Die Vier der Kelche unterstreicht die Notwendigkeit, über deinen emotionalen Zustand nachzudenken und die Chancen, die sich dir bieten, zu schätzen. Nimm dir heute Zeit zur Selbsteinschätzung und zum Nachdenken über die Entscheidungen, die du treffen musst. Nutze das klare und objektive Denken der Königin der Schwerter, um Entscheidungen zu treffen, die mit deinen wahren Werten und Prinzipien übereinstimmen. Vergiss nicht, an dein emotionales Wohlbefinden zu denken und die Chancen zu schätzen, die sich dir bieten, auch wenn sie nicht sofort ersichtlich sind. Heute ist ein Tag, an dem du durchdachte, gut informierte Entscheidungen treffen und neue Perspektiven erkunden kannst. Vielen Dank.